Wie gut kennt ihr mich, Part 1, ob Part 2 kommen wird, das werde ich nie herausfahren, erfahren, mein Deutsch. Ey, ich hab einfach alles bloß in Deutsch. Frage Nummer 1. Wann hab ich Geburtstag? 4.11.11.4.29.3. Die richtige Antwort war der 11.4. Wenn ihr das richtig habt, bekommt ihr 10 Punkte. Wenn ihr es falsch habt, bekommt ihr keine 10 Punkte. Frage 2. Wer ist meine Fass? Martha, Wali, Nata. Die richtige Antwort ist Laura. Wer es nicht weiß, dann Pech gehabt. Ihr bekommt keine 10 Punkte. Wer es gewusst hat, der bekommt 10 Punkte. Applaus an euch. Es war nicht mal lauerweise Auswahl da, aber in meinem Kopf darf schon. Und das war's nochmal in diesem wunderschönen Video. Tschüssle.